Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin's der René von der Maison Manga. Ja, Mensch, warum dieses Video ist im Grunde eigentlich ganz simpel. Wir haben eine Facebook-Seite, haben wir schon ein bisschen länger, aber die ist noch nicht so aktiv drauf und wenn ich mir mal unsere Abonnenten so anschaue, könnte ich mir eventuell vorstellen, dass der ein oder andere davon, der da noch nichts in der Richtung geliked hat oder sonstiges in der Richtung, der hat vielleicht auf jeden Fall einen Facebook-Account und könnte eventuell uns da auf Facebook noch ein bisschen unterstützen. Dazu sein, nochmals erwähnt, wir verdienen rein gar nichts, weder auf Facebook noch auf YouTube. Das ist rein Spaß an der Freude und wir freuen uns natürlich, dass es euch auch gefällt, dass ihr uns dabei begleitet auf unserem Wege mittlerweile. Läuft das Ganze ja schon ziemlich super, also dafür nochmal extrem vielen, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr da Lust drauf habt, in Facebook bei uns ein Like zu hinterlassen und da, ja, ich sag mal, täglich oder fast täglich Infos zu bekommen, so von wegen, ist ein neuer Part draußen oder etc. pp. Auch so Kleinigkeiten wie, oh, Internet geht gerade nicht, damit, ja, solche Sachen nicht gefragt werden wie, oh, der hat ja schon zwei Wochen lang nichts gemacht, in der Richtung, also sowas kann das Ganze, kann ganz nützlich sein, so ein Facebook. Deswegen biete ich euch das einfach mal an. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zur Facebook-Seite. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst ein Like und, ja, seid mal gespannt, was da noch so folgen wird. Wenn wir dann auch auf Facebook ein bisschen mehr vertreten sind, könnte da eventuell auch mal die eine oder andere Aktion stattfinden. Ja, lasst euch überraschen, auf jeden Fall, dies war eigentlich nur ein reines Video wegen der Facebook-Seite, weil ich das Gefühl habe, dass viele das gar nicht so wirklich realisieren, dass wir sowas besitzen. Facebook hat jeder, also haben wir es auch. Ja, okay. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und, ja, das nächste Video kommt im Zamtabt morgen. Ja, morgen. Gut, das war es. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.